Hallo zusammen, ich darf Ihnen den Lemberger Weishobst von der Weingärtner Esslingen vorstellen. Hier in unserer terrassierten Steillage im Schenkenberg gedeiht er jedes Jahr wunderbar und wird ein schöner, spritziger, fruchtiger Weishobst. Jetzt wollen wir mal ein Schlück probieren zusammen. Mit seiner schönen, fruchtigen Farbe, schönen Lachsfarben, präsentiert er sich wunderbar, der Lemberger Weishobst. Schön fruchtig, spritzig, ideal für die Sommermonate. Im Geschmack sehr erfrischend und sehr wohltuend nach einem schönen Arbeitstag. Schön gekühlt, ideal für den Sommer, der kommt. Zum Grillen eignet der Lemberger Weishobst sich sehr gut. Diesen Wein können Sie bei der Weingärtner Esslingen erhalten oder in unserem Online-Shop oder auch in jedem guten Fachgeschäft hier in der Region. Zum Wohl! Zum Schoen Zum Schoen Zum Schoen